Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Zwiffer-Staubmagnet richtig benutzt und vor allem auch zusammenbauen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die Anleitung hier unten auf der Verpackung ist ja leider nicht wirklich sehr aussagekräftig, weswegen ich hier jetzt selber einmal probiere zu helfen. Zuerst bauen wir einmal unseren Griff hier zusammen. Hierfür müssen wir diesen einfach nur zusammenstecken und einmal schauen, da hier eine kleine Einkerbung ist und hier oben eine Nase, dass diese natürlich übereinstimmen. Hierfür also jetzt einmal den Griff richtig zusammendrücken und wenn es Klick macht, so wie hier jetzt, dann ist unser Griff auch schon zusammengebaut. Als nächstes die beiden Enden von unserem Staubmagnet hier nehmen und jetzt einfach einmal wild hin und her schütteln, bis dieses Staubmagnet-Tuch nämlich jetzt halt schön aufgebläht wird und schön fluffig ist. Das schaut auf jeden Fall schon gut aus, das Tuch ist schön fluffig und jetzt muss ich noch den Griff mit dem Tuch natürlich verbinden. Hierfür einmal den Griff so nehmen, dass das Logo nach oben schaut. Und dann haben wir nämlich hier auf der Oberseite noch zwei solche kleinen Öffnungen, die etwas versteckt sind. Und dort kann ich jetzt mit meinem Griff einfach hineingehen und meinen Griff bis zum Ansatz hier vorschieben. Und somit haben wir auch schon unseren Swiffer jetzt richtig zusammengebaut und können schön damit Staub wischen, so wie es auch sein sollte. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so einen neuen Swiffer hier zulegen möchtest oder vielleicht auch gleich mehrere Tücher auf einmal kaufen willst, um einfach Geld zu sparen, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellungen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in deinem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.